Hier ist der Ö3-Wecker und hier sind die besten Ö3-Hopperlers 2014. Weil das Beste kommt immer zum Schluss. Marcel Hirscher fährt heute in einer eigenen Liga in beiden Durchgängen die Bestzeit und er gewinnt mit einer Sekunde und ich kann's nicht lesen. 1,22, einmal neu. Diese bereits evakuierten Menschen, die müssen jetzt nochmal warten, denn sie befinden sich derzeit an Bord eines australischen Einbrechers. Äh, der Eisbrecher und der Eisbrecher. Einbrecher ist unglaublich. Noch einmal die Möglichkeit für die Finnen. Neuerlich Bären diesmal, der den Ball wegschießt, schießt aber wieder einmal ein Finnet-Schuldige am Ball, aber das ist der Ball weg. Der Verkehr wird händisch geregnet, regelt, rechnen Sie mit Staub. Eine halbe Muschi... äh, nochmal zurück. Eine halbe Stunde Musik ohne Unterbrechung wartet auf Sie. Geben Sie mir 30 Sekunden und ich leg los. Alles ruhig? Das heißt, wir starten gleich los mit der besten Musik. Punkt Ö3. Der Abend. Ö3-DJ Silvia K. Und die beste Musik. Alles Nächste. Es ist wirklich, es ist eine von diesen Partys, die lasst man einfach ungern aus ganz Österreich. Kommen Menschen und rocken und poppen und shaken ab. Ich hab das musikalisch gemeint. Was zur Hölle ist Now-Casting, Sigi? Naja, da muss ich ein bisschen weiter ausgreifen. Die Wettercomputer... Die muss doch... Jetzt selber ruhig. Ausholen bitte. Also in Zusammenhang mit einem Casting von Ausgreifen zu sprechen, aber mach mal fertig. Ich bin sehr gespannt. Die Wettercomputer, die tun sich im Moment sehr schwer. Ab und zu wird hier das Sonnenschwein einmal abgeschwächt. Auf der anderen Seite der Alpen in Norditalien lassen diese zwei Tiefs immer wieder es wie aus Regeln, wie aus Schaffeln schütten, regnen. Der Sieg hat gerade gesagt, ich hab die Ziege ganz falsch nachgemacht, weil ich hab gemacht Mäh! Und unser Jungbauer aus Südtirol hat gemeint, so machen Ziegen gar nicht. Zigi, wir machen Ziegen. Herr Magister Sigrid Fink, wie machen Ziegen denn? Na, die Jungziegen, die machen Mäh! Also die schreien viel lauter und heller. Das war jetzt einmal und das bitte nicht mehr wieder so. Danke, spiel weiter. Können Sie bitte meine Mutter anrufen, sie soll mich abholen. Ich mag nicht mehr mit den anderen Kindern hier sein. Zigi Fink. Hast du das nie gehört? Das ist zigisch und heißt, wo ist meine Mama? Die besten Ö3 Hopperlers 2014. Nur im Ö3-Bäcker.